Vati, du hast doch gesagt, dass ich kleine Hände habe, ne? Ja, und und? Guck mal, was ich hier habe. Wo ist das? Eine Riesenhand. Junge, damit werde ich so viel tragen, ne? Ey, was ist das denn? Das war so schummeln. Warum schummeln? Du hast ja nichts von der Regel gesagt. Was ist das? Ja, meine Riesenhakt. Als erstes fange ich an mit der Nerfgun hier. Oh mein Gott, wie groß ist die denn, Alter? Und wie teuer ist die? 70 Euro drauf hier? Ja klar, das zahlst du ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Was denn? Was gibt es denn sowas? Keine Ahnung, aber ich nehme es einfach immer mit. Was kann ich mir denn noch holen? Ich finde immer noch, dass das Schummel ist. Guck mal, wie das aussieht, Alter. Hanna und Bisse Taktik immer. Ey, guck mal, noch mal Fortnite. Was, Fortnite Lama? Oh mein Gott. Ich nehme mir 1, 2, 3. Warte mal, warum nehme ich nicht die ganze Packung? Du willst mich verarschen? Was? Das sind doch Fortnite Actionfiguren. Das Ding nehme ich mir auch noch mit. Boah, der ist echt geil. Oh mein Gott, Ray, guck mal was, der ist einfach Thanos. Oh, das ist Thanos von Endgame. Ey, das gönne ich dir. Komm, nimm das. Ey, danke schön, Fatih. Hab ich gar nicht gesehen. Ey, Leute, das ist voll schwer. Warum habe ich schon am Anfang diesen Nerfgang genommen? Mann, die ist voll schwer. Nein. Oh nein. Mann, was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wie habe ich das denn geschafft? Komm, das geht direkt weiter. Ey, Leute, Ray schummelt einfach mit dieser Riesenhand. Damit kann der hier einen ganzen Haufen tragen, Freunde. Das muss sich verhindern, Freunde. Und ich weiß auch genau wie, Leute. Ey, Ray, was machst du? Ey, Fatih, hilf mir mal bitte. Ich komme ja nicht vom Blick. Junge, warum ist das auf deinem Fuß? Freue mich nicht so viel. Hilf mir mal lieber. Junge, natürlich helfe ich dir. Wirklich? Ja klar, ich habe aber nicht gedacht, hier, Barbie für dich. Was ist so viel Müll? Weg damit. Oh mein Gott. Ey, du hast die Challenge verloren. Mann. Corona, das war Finding energized so I can find. And then just pile everything else on top of it. I'm gonna start with this pop out gold set. Pop noodles. Super noodles. Box noodles. What're you doing with all these noodles Mum? You don't even eat noodles! Morgan looked up right to buy things. Look at all the hot chocolates. We'll have a few of these! Unicorn cookies. We'll have some of these. Garlic mayonnaise. Oh my gosh, are you taking the whole box? Of course I am! Marshmallows! Oh my gosh. Mom, how much marshmallows do you need? I forgot about chocolate Morgan. 18 pack of quaffers? I'm definitely having these. Oh my gosh. Mom, I can't even see your head anymore. Morgan, they've got cat food. Wait a sec, Mom. We don't have a cat. Morgan, just because it's for cats doesn't mean that humans can't eat it. Let's keep going. This is a tabletop ironing board. I've always wanted one of these. But Mom, how are you going to hold that? Watch this. Oh my gosh. Are you serious? On the head. Get out of my way. I've got more things to find. Check out that red rug. That would look amazing in my living room. Mom, there is no way you're going to be able to carry that. Morgan, how much stuff you got? Morgan, you just don't want me to spend more money. I can do this. Oh my God. She's touched it. She's touched it. If she drops it, it's all over. Oh no. Oh my God. She's bouncing it on her foot. Oh my gosh. I've got it, guys. Let's keep going. Guys, I don't believe it. She is still going. She hasn't even dropped anything yet. I don't know how she's doing it. What are you doing now, Mom? She's got to send her hands on it. Oh my gosh. Seriously? No way. You are taking this way too far. It's pick and mix. Look at all those sweets. It looks amazing. Mom, look at how much stuff you're carrying. There is no way you're going to be able to get pick and mix. Just give up. Morgan, I can't give up. I need the candy. Mom, don't do it. Don't do it. Don't do it. Don't do it. This is it, Morgan. It all comes down to this. Mom, don't do this. Mom, I'm warning you. This is a bad idea. Oh my gosh. What are you doing? Mom, no, Mom, no. No. Oh my God. I just got the sweet. Mom, don't do it.